Okay. Ja, da sind wir wieder, Bernd und Sven. So ist es. Hallo. Ja, wir wollen euch heute eine kleine Gitarrenträumerei vorstellen. Der Sven spielt dazu einige sphärische Klänge und ich spiele die Konzertgitarre. So ist es. Ja, hört mal rein, vielleicht gefällt es euch ja. Genau. Viel Spaß. Ja, hört mal rein. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.